So, hier ist die zweite Gruppe aus der Ukraine. Ein Mädchen. Die vier hier sind wirklich sehr dünn. Hallo, auch ein Mädchen. Hier haben wir einen Jungen. Hallo. Oh, noch ein kleines Mädchen. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Tja. Wann gibt es hier endlich Mittagessen, ne? Ja, es kommt in der Mache. Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo. Hoi, 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 hoi. Hoi, 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 hoi. Ja, da wollen wir nicht indiskret sein. Die sind alle so mittelalt. Hallo. Wenn ich jetzt einfach nur so auf die Schnelle gesehen habe, er scheint mir noch sogar fast ein bisschen jünger zu sein. Also jetzt kein Junior. Die machen halt echt groß Augen, logischerweise. Ja, die wollte ich nochmal ein bisschen aus der Nähe. Haio, haio. Jetzt geht's gleich los. Du bist auch noch was jünger, ne? Auf jeden Fall. Die sieht halt so fluffig aus, aber die ist wirklich raffelig. Alle sehr aufgeschlossen, anhänglich. Sehr nette Truppe. Sehr nettes Truppchen. Das ist ein ganz nettes Truppchen hier. Allesamt. The Blackie.